Was sind das für Begriffe, Fonds, ETF? Was bedeutet das? Deshalb freue ich mich noch mal ganz genau, die Basics der Finanzanlage zu besprechen, weil das, glaube ich, wie so eine Art Fremdsprache ist. Heute bei uns zu Gast Gabriela Rieks. Gabriela ist Head of Product Warburg Navigator. Warburg Navigator, das ist unsere digitale Vermögensverwaltung. Und wenn ein Mensch sehr nah zwischen dem Produkt und den Kunden steht und deswegen den Kunden besonders gut versteht, dann ist es Gabriela Rieks. Sie weiß, was Kunden wichtig ist. Sie weiß, wo die Fragen sind, wo manchmal auch Missverständnisse auftauchen. Und generell muss man ja auch sagen, dass unsere Branche zu einem gewissen Grad ein kleines Problem hat. Und das besteht darin, dass manchmal Assetmanager glauben, sie wissen, was Kunden bewegt, was Kunden wirklich benötigen. Aber Kunden haben teilweise einen ganz anderen Fokus, ganz andere Fragen, vielleicht auch ganz andere Bedürfnisse. Und du in deiner Funktion bist unglaublich nah an den Kunden. Du kannst das, glaube ich, sehr gut einordnen. Und deswegen bist du auch so wichtig für eine Bank wie Warburg, weil du halt diese Kunden, glaube ich, sehr gut verstehst. Und an dieser Stelle würde ich fast sagen, stell dich einfach nochmal kurz selbst vor. Genau, vielen Dank, Christian. Mein Name ist Gabriela Rieks. Ich leite den Warburg Navigator, die digitale Vermögensverwaltung bei Warburg. Und das Spannende hieran ist, dass wir direkt im Portfolio Management anzusiedeln sind, also im Team Portfolio Solutions. Das heißt, wir sitzen ganz nah am Produkt, was wir eigentlich den Kunden anbieten und geben gleichzeitig dem Kunden den Service und sind direkt auch das Sprachrohr zum Kunden. Das heißt, man ist hier das perfekte Bindeglied eigentlich zwischen dem Produkt und dem Kunden und kann das hier ganz, ganz kundengerecht auch gleich erklären. Das heißt, was ist der Warburg Navigator? Wir legen das Geld der Kunden für sie in passive Mittel, hauptsächlich also auch aktive Fonds, hauptsächlich in ETFs an. Das heißt, wir machen Vermögensverwaltung. Und was hier auffällt, ist, dass viele bei Geldanlage generell bei dem Thema Vermögen überhaupt nicht wissen, was sind die einzelnen Dinge. Also was sind das für Begriffe? Was bedeutet das ETF? Was bedeutet das Fonds? Und hier sehr viel Unwissenheit beim Kunden herrscht. Und deshalb freue ich mich, dass ich heute mit dir darüber sprechen kann, um da einfach die meisten Definitionen nochmal zu erklären und nochmal ganz genau die Basics quasi der Finanzanlage zu besprechen, weil das, glaube ich, wie so eine Art Fremdsprache ist. Also das, was wir morgens im Morning Meeting alles besprechen, ist ja fast wie Spanisch lernen. Wenn man da ganz neu reinkommt, muss man die ganzen Begriffe, Renditen und andere verrückte Begriffe sich aneignen. Und ich glaube, das fehlt den meisten Menschen, vor allem in Deutschland, sehr stark. Und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt das mal im Einzelnen aufdröseln können, was da für Fragestellungen überhaupt vorherrschen bei den Kunden.